So, dann wollen wir mal gucken, wie wir aus unserer missliege Lage hier wieder rauskommen. So, da kann man nicht lang das Mias machen, da müssen wir wohl einen anderen Weg nach oben finden. Da ist ein Ton. Oh, da ist ein Ton. Oh, da ist ein Ton. Lull, mh, lull. Und steil. Oh, da ist ein Ton. Lull, Phasage. wääähähähäh dann schauen wir mal wo uns die höhen passe agieren was ja die waffe gewechselt hat So, wenn du da bist Ja, komm mit ihm in den Scheinchen Bis dahin Au Ja, beruhige dich Also, wenn hier noch 20 so eine Viecher kommen, dann fahren wir mal gleich mal demnächst mal um Die Frage ist, wo bringt uns dieser Pass eigentlich hin? Oh, anscheinend geht der schon mal irgendwie ein Stück nach oben, das ist schon mal schön Ah, eine Bandage Jetzt ja nicht weiter, okay Hallo 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 Da sind zwei, drei Schweinchens Was hat das in die Bühne? Was hat das in die Bühne? Nein jetzt lass doch mal los hier das ist ja noch eins die schweinchen zahme aber in sich hier wo komm ich hier überhaupt hin jeder will ich glaube ich nicht und heilt kommen wir überhaupt lang vielleicht hier so auch die frage ist hier auch nur aus glücklich zu betreiben ist aber gut der kollege das ist dann noch ein ausgang aus schauen wir mal wo wir hier wieder rausgucken na gut da kann ich arbeiten ok naja dann lass sie mal da kämpfen jetzt mal eine bäre essen naja die diesmal da erst mal in diese richtung Oh, eine Lampe Nun gut, na, das kann ja spannend werden Ich lege hier wieder aus Versehen in meinem Verderben drin Oh, da kann man die Zwieser hier gleich Klapp auch mit dem, das ist hier ein Träumchen Ich sehe halt nichts noch Ist halt irgendwie wie so geil Ne, lass mir mal in Ruhe, ich sehe nichts Gut, hier ist er jetzt voller Schweine Oh ja Oh ja Okay, ne Hau mal ab Hau mal ab Hau ab jetzt Das ist auch nicht viel besser Au, au Als ob der direkt trifft Glaubst du da selber auch nicht Klick, klick, klick Au Entdeckt irgendetwas auch anja Nun Das ist ja schlimm, wenn ich grad sehen Guck mal hier raus Vielleicht in der Gelegenheit zum Schlafen Oh, Ratis Spüre die Macht der Schlauern Ich sehe halt nichts, ne Ich lege wieder in den Keller Der Keller ist immer gruselig Ja Ja Wää 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 So, nach oben ins Ohno Dann schauen wir mal Gibt's hier vielleicht ein Bett Das lassen wir mal Aua Aua Ey Bleib mal locker Bleib mal geschmeidig Aua Was ist denn los mit dir? Geh mal hier im Bett Ah, jetzt muss ich schlafen Ähm Ist schon morgens? Irgendwie hat dein Nese geschrafen Gut Au, au Das ist mein Ruhe So, Handwerk Wir könnten so einen Brunnen bauen Äh, äh, dann nennt man hier so ein Da kann man die Fläche hinstellen Da könnte man so ein Mal so ein Schnellbrotding Gut Gut Ach, da ist der Ausgang Können wir eigentlich mal ausprobieren Nochmal Die drei Stellen Gut Ja Beruhi dich mal Und dann Können wir nochmal so ein Ding hier bauen So Können wir den hier irgendwo hinbauen? Mhhh Mhhh So Die fünf Ah Der flammert ein Tag hier Ja Guck mal hier Guck mal hier Jetzt haben wir hier auch ne Schnellreise Sehr schön Äh So, gleich Ich mach das gleich hier einfach Von Ich mach das mal aus zach Wirскую Wirklich